hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von let's play the legend of zelda echo of wisdom in der letzten folge haben wir den riss hier auch noch gelöst jetzt gibt es sozusagen keine lisse mehr außer hier ist so ein kleiner der nicht so wichtig ist und da sind zwei kleine die nicht so wichtig sind da ist auch noch mal so einer die sind ja alle nicht so wichtig ganz ehrlich was soll da passieren dass sie wichtig werden nach die werden niemals wichtig das geht ja gar nicht okay anyways das bedeutet für uns jedenfalls dass wir jetzt nicht mehr wirklich was zu tun haben hier in dieser welt wir haben gefühlt mittlerweile alle teleport statuen gefunden ich glaube immer noch dass hier noch eine mehr sein müsste ich bin mir nicht sicher aber es soll mal dahingestellt sein sage ich mal das meiste haben wir und jetzt gucken wir mal was der lieber die zu sagen hat na der könig ist nicht verschwunden und deswegen erzählen wir den leuten was was sie hören wollen dann können sie glücklich sein und dann genau dann ist alles gut also machen wir das doch einfach mal oder weil mir wäre jetzt zumindest nicht bewusst was ich sonst noch tun könnte mein theoretisch könnte nochmal versuchen hier hoch zu kommen aber das geht halt nicht brauche ich diesen höhleneingang wahrscheinlich weil hier ist ja wirklich einmal komplett abgegrenzt da komme ich nicht hoch komme was wolle schade irgendwie egal so ein schandfleck auf meiner karte ein ort wo ich nicht hingehen konnte wie wie inakzeptabel ich ich finde das schrecklich okay anyways so über die hat haben wir zu erzählen das klingt by the way das hier sieht aus wie etwas was ich mit einem hammer einschlagen könnte ich weiß nicht wieso war hammer klingt irgendwie nach etwas wo ich nicht als zelda nicht spielen kann keine ahnung prinzessin ihr seid zurück und ihr seht aus aus legt euch etwas auf dem herzen ich heiße zelda ja ich verstehe habt die risse alle geschlossen aber der könig und links im weiterhin verschollen dafür habt ihr diese zwei versager ausgegraben na wie super ach eure majestät wo ey das ist auch gar nicht lieb meinst du mich mit dem versager ja wie ich ja sage versager egal wo ist die majestät wir sollten jedoch nicht eure erfolge kleinreden es ist euch gelungen die großen riss in den verschiedenen regionen zu schließen jetzt gibt es nur noch einen großen riss den schloss hyrule jener ist also der euch beide und den könig verschlungen hat möglicherweise ist dann der könig auch noch da schande dass eine majestät immer noch hilflos allein in einem riss steckt ich bin so ein sinn für den könig ich werde keine königin und wenn wir hier herumstehen können unsere doppelgänger sich ungestraft im schloss austoben general dex ministerin sinstra und eure hoheit werter lüberi als general des königreichs von heidrun kann ich keine sekunde länger still halten oh ja aber was wollt ihr denn tun handeln ist okay ich bin by the way bwler fragen du ich niemals konkret beantworten ich marschiere jetzt ach so ich bin doch kein bwl ich marschiere jetzt in schloss hyrule enttane diese hochstapler aber general dex wartet doch dabei waren wir doch inmitten unserer lage besprechung geduld ist wohl nicht gerade seine stärke aber zurück zur sache ihr habt link noch nicht gefunden wir können nur hoffen dass es ihm gut geht als nächstes wollt ihr wahrscheinlich auch noch schloss hyrule diese vollidioten erneut aus dem riss ziehen weil die werden garantiert wieder im riss landen ich hab da so eine vermutung der falsche könig will euch umbringen also seid vielleicht auf der hut das wäre ganz praktisch glaube ich okay kann offensichtlich nichts verbessern na gut die doppelgänger im schloss trachten euch nach dem leben bitte lasst äußerste vorsicht weil falls ihr euch dorthin begebt ich habe das gefühl ich muss mich ins schloss begeben will ich das weiß ja nicht oh wir haben jetzt wirklich wirklich die aufgabe ins schloss zu rennen das klingt total dumm irgendwie general dex ist gegen schloss hyrule gestürmt um die doppelgänger zu entlarven und den könig zu befreien welcher immer noch in einem riss gefangen ist ministerin sinstra ist dex voller sorge gefolgt ja die blöde kuh hat sie sich mal in jemanden verliebt der nicht komplett bescheuert ist selber schuld da war irgendwo geld das ist das relevante auf das geld link das bist doch du oder ich bin von monstern umzingelt bitte erlege so wie du es immer tust what the fuck im so delia grasland bist du auf einen mann gestoßen der auf einer mauer stehend um hilfe rief besiege die monster die ihn betrachten ja ja das ist schon okay das ist schon okay du wirst du wirst es kurz aushalten glaube ich guck wir machen mal schnell den hier schnell den hier keine sorge ich hätte dich gleich warte das war falsch ja ich darf ja nur drei sätze für ein flugtaxi jaha jawoll easy easy da ist dein herz erhalten das ist ja schön das habe ich gar nicht gesehen verrückt ich habe mir gedacht wo wenn da so ein großes ding hier ist dann muss das ja da ist nichts mehr gut spezial taktik doppeltes ermorden er hat keine chance so oh link moment du bist ja gar nicht link oh entschuldige bitte ich habe dich wegen der kapuze verwechseln link trägt nämlich auch so eine es könnte fast dieselbe sein oh man ist mir das peinlich bitte verzeih mir ja also ich bin aus dem sudelia-dorf mein name ist arfug ich war so sehr ins grasmähen vertieft dass ich bis ins sudelia grasland gerannt bin ohne es richtig zu merken naja ich war auf dem halben weg das grasland komplett zu entgrasen und urbar zu machen ups aber anscheinend hatten diese monster etwas dagegen vielleicht auch etwas vielleicht hat es auch etwas gutes dass sie mir meine grenzen aufgezeigt haben also nochmal dank jetzt nicht vieler nimmt das hier als belohnung ja cool danke joa er ist jetzt drei zwei dungeons lang hier rumgestanden hat angst gehabt dieser link für den ich dich gehalten habe war übrigens ein super starker schwertkampf aus unserem dorf hat uns alle immer wieder aus der not gerettet bevor er dann zu seiner reise aufbrach um ein großes ungeheuer zu besiegen oder so eine scheiße ich habe selten jemand erlebt der so unerschrocken für das gute gekämpft hat nun ist er schon eine wollte folge aber ich bin sicher es geht ihm gut falls du auf deinen reisen einen jungen schwertkämpfer mit grünem gewand in der kapuze begegnest könntest du ihm vielleicht etwas ausrichten alle im sudelia dorf warten sehnsüchtig auf deine heimkehr wir sind nicht sonst am sterben naja tschüss nice ich finde wir haben das gut gemacht die höhle ich habe hier nicht viel erkundet die höhle habe ich übersehen ich habe das herzteil übersehen den typen das herzteil übersehen ich habe gefühlt alles hier übersehen ja lol ups da ist nix okay dann ist das ja egal im cash ist immer gut geh mal weiter Richtung schloss hyrule ne digga ne digga ne digga sieht nicht gut aus für ihn es sieht nicht gut aus für ihn na ein bisschen ektar das ist okay da ist doch auch was oder ja ja natürlich ist da was wie viel habe ich da mittlerweile 30 einen war es nur aber schade dafür dass ich angeblich sauviel von diesem von diesen diesen smoothie zutaten zeug finden soll finde ich irgendwie gar nichts und ein bisschen traurig hier irgendwas im ding ist drin ich würde eigentlich erwarten dass hier noch irgendwo ein herzteil versteckt ist oder so und ich meine ich brauche nur noch eins für ein neues oh gott da sind auf jeden fall gegner aber wo ist das herzteil ich soll doch nicht erzählen dass es hier kein herzteil gibt ich suche und suche und suche und hier ist einfach keins ja ich kann jetzt den fluss entlang schwemmen aber ich glaube das sollte ich lieber nicht tun oh da ist ein eingang das ist ja lustig na gut ich werde dieses eigens spiel wohl machen ok das ist nicht richtig also der burggraben ist auf jeden fall mit den flüssen verbunden was schon irgendwie sinn ergibt ok die beiden sind da unten das heißt ich ignoriere die mal getrost das muss ich mir nicht die story antun wo die beiden dumm sind you know das wäre nicht so gut ist die frage wird das jetzt bin ich sehr gespannt was der hier für ein special hat willkommen hast du lust auf eine runde eichelsucherei bist du flott und sei dabei probiere die eichelsucherei eicheln sammelst du in eile die ich überall verteile wenn du richtig schnell bist erhältst du sogar einen preis versuch kostet 10 rubine ja man bin ich gespannt zeit für die eichelsucherei wuhu ok die sind ja alle im wasser 10 eicheln zusammen du hast 10 sekunden viel spaß wenn die alle im wasser sind das ist wahrscheinlich das eine nicht im wasser wetten halt das war das ganze ding wenn man so unter 10 sekunden schafft hat man kriegt man das herzteil oder was auch immer man hier als spezial kriegt das ist ja angeblich immer ein anderer preis ne wow du warst voll schnell und hast 11 sekunden gebraucht super du hast ja einen preis verdient let me guess das war jetzt oh das tempo war voll gut deswegen kriegst du noch was also ok also du hast auf jeden fall auch nicht das herzteil schau mal wieder vorbei ne ne du hast du hast kein herzteil für mich dann bist du irrelevant sorry keiner interessiert sich für dich du bist wertlos aber ich finde wir sollten jetzt ins schloss hyrule einbrechen das würde überhaupt nicht negativ kommen oder wenn wir da jetzt einbrechen den stört das gar nicht wie bist du denn hier her gekommen den stört das gar nicht das verstehe ich schon bis hier nicht weiter ich habe das gefühl die glauben dir das nicht dass du der echte bist ich habe da so eine vermutung irgendwas stimmt mit dem könig und seinem gefolge noch nicht da tauchen immer noch mehr Risse überall auf bedrückende Lage hoffentlich kehrt bald endlich wieder Frieden ein wir brauchen Frieden ok ich komme sogar vorbei das ist ja cool sag mal so die 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 Quote an ne an Wachposten ist irgendwie ganz schön gering egal wie bedrückt die Stimmung in Hyrule Stadt ist ich schiebe hier heute meine Wache und das wird sich auch morgen nicht ändern weil ich kann und cool bin was zum hier darf niemand hoch wenn rauskommt dass unter meiner Wache eine unbekannte Person auf dem Schlossmauer war dann bekomme ich aber riesen Ärger ja dann mach halt was dagegen ich habe gehört dass Soldaten auf der Suche nach Prinzessin Zelda sind weil sie ein anderes Rissen sein soll vor kurzem hat man sie noch gesucht um sie zu retten und nun um sie gefangen zu nehmen das ist doch eine üble Angelegenheit seit Prinzessin Zelda erneut verschwunden ist fühlt sich mein Kind sehr niedergeschlagen ach ja wo mag Prinzessin Zelda nur stecken es kursieren ziemlich üble Gerichte ich hoffe dass äh inständig dass nichts davon wahr ist ich heiße Prinzessin Zelda nee nee ist alles gelogen einfach von innen hin kommen okay was müssen wir tun damit ihr uns glaubt erkennt ihr denn nicht mein Gesicht meine Stimme meinen gestühlten Männerkörper sehe ich aus wie eine Fälschung jetzt hör doch mal zu General das hat keinen Zweck unsere Doppelgänger haben sich die Macht dem Königreich unter den Nagel gerissen seine Majestät hat uns davor gewarnt dass sich Doppelgänger wie ihr herumtreiben und uns zu erhöhter Wachkleidigkeit aufgefordert wenn ihr der echte General seid dann müsstet ihr doch die Parole kennen also los wie lautet sie Parole der König hat eine Parole ausgegeben der König hat eine Parole ausgegeben damit wir Hochstabler erkennen können oh das ist smart Punkte der falsche König hat den Leuten eingetrichtert dass wir die Doppelgänger sind oh no es scheint als hätten sie uns nach Strich und Faden ausgebotet die Originale werden für Fälschungen gehalten so hört mich doch an der König und die anderen die sich jetzt im Schloss der König und die anderen die sich jetzt im Schloss finden sind Doppelgänger ja ist dumm oder General Dex dieser Ansatz ist zum Scheitern verurteilt egal was ihr sagt man wird euch nicht glauben aber 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 hm oh shit das ist Oh nein, Hyrule-Stadt, nein! Alles wird vom Ries verschluckt! Was sollen wir denn tun? Nicht den Kopf verliert, der Versager! Huch! Wir sind doch die Soldaten von Hyrule, oder nicht? Wir haben eine Mission! Morgens immer Zähneputzen! Das ist so edelig! Aber ihr habt es doch nicht vergessen, ne? Jedenfalls, zeigt uns, aus welchem Holz ein Soldat von Hyrule gestützt ist! Geleitet die panisch herumlaufenden Bürger in Sicherheit! Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um alle, die es nicht genau ausgeschafft haben! Gemeinsam werden wir das Volk beschützen! Jawohl! Was für eine Katastrophe! Und dumm sind sie auch noch! Nur ihr könnt den Riss schließen, euer Hoheit! Ich bitte euch, rettet alle, die dort hineingeraten sind! Ich werde auch tun, was ich kann! Und nach Kräften bei der Evakuierung helfen! Okay! Ziel aktualisiert! In Hyrule-Stadt hat sich ein großer Riss aufgetan! Ministerin Zinstra und General Dex sind dumm! Mehr steht da nicht! Aber was ich nicht sagen kann, ist, sie eilen außerdem noch den fliehenden Behonern zu Hilfe und bitten uns, jene zu retten, die bereits verschluckt wurden! Ach, ich... Oh! Warte! Vielleicht irgendwo unter uns? Jeeep! Jeeep! Ja, tatsächlich! Im Bereich unter uns gibt es einen Ort, an dem ich einen Zugang zum Riss öffnen kann! Wir müssen einen Weg finden, dorthin zu gelangen! Na gut! Oh, er springt drüber! Er ist smart! Uh! Ja, in dem Falle... Ey, lass das! Wow! Das war ja daneben! Was macht ihr denn das hier unhöflich? Ne, das finde ich nicht gut! Ja, gut! Aua, lass das! Ah, nervig! Zelda, bitte kein Input-Delay! Bitte kein Input-Lag! Zelda, wenn ich Y drücke, dann solltest du bitte etwas spawnen, Zelda! Warum greift der denn mich an? Was ist denn falsch mit dir? Lass es doch, du Wichser! Ne, du bist jetzt tot, Junge! Das ist jetzt vorbei mit dir! Oh dang! Ja, da sind wahrscheinlich alle zu, ne? Ja, die sind ja gar nicht alle zu! Ja, lol! Ist ja lustig! Ich kann ja schlafen gehen! Oh, ich darf nicht schlafen gehen! Erst mal abhauen und schlafen gehen! Ja gut, okay! Also ich muss mir da echt überlegen, was ich mache! Wie ich die am besten setzen kann! Die Schattenwachen sind halt schon ziemlich nützlich, ne? Aber was hab ich denn sonst noch so? Oh, von denen kann ich vier setzen! Das könnte sinnvoll sein! Versuch dann mal die... Ah, die machen bestimmt keinen Schaden gegen die Schattenwachen... Also gegen diese Garden-Viecher! Ah, das ist schwierig! Wahrscheinlich die anderen Viecher, die sind wahrscheinlich alle nicht... Ja, ich könnte den setzen! Ja, die sind nicht reduziert worden! Die sind immer noch zu teuer! Könnte den versuchen! Das wäre so die Überlegung, dass ich den versuche! Okay! Ich gehöre, der erste ist tot! Jawohl! Warte, ich helfe dir! Ich helfe dir! Wir haben das zusammen gemacht! Teamarbeit! Ich glaube, ich muss hier mehr Teamarbeit einsetzen! Oh, das ist ein grüner, glaube ich! Teamwork! Shit, er ist gestorben, weil ich zu langsam war! Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall in den Brunnen rein! So viel kann ich, denke ich, schon sagen! Das ist ziemlich offensichtlich! Gut festhalten, meine Dame! Hilfe! Hilfe! Pfff! Hahaha! Okay! Ja, gut! Zumindest einer hat er gerettet! Hat er auch was geschafft, der kleine Schlingel! Okay, ja, also es ist, denke ich, klar, wo wir hin müssen! Wir müssen in den Brunnen rein! Ähm! Ich werde trotzdem noch mal alle Häuser sicherheitshalber angucken! Aber wir müssen offensichtlich in den Brunnen rein! Oh! Oh je, du hattest sicher große Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung! Komm doch mit, bitte! Okay, Mama! Ich bin nicht deine Mama! Ich hasse Kinder! Oh ja, Hoheit! Dieser Junge wurde zurückgelassen! Ich werde ihn in Sicherheit bringen! Wir wollen unter die Stadt sind zurück! Kennst du an die Stelle, wo man in den Untergrund kommt? Ihr wollt unter die Stadt? Ja, Brunnen wahrscheinlich! Ja, natürlich! Gibt es jedenfalls einen Brunnen, der in die Wachstube führt! Der Brunnen! Alles klar! Danke! Euer Hoheit, verehrter Trey! Bitte passt gut auf euch auf! Ja, gut! Ich habe es schon gewusst! Von daher, sie hat mir nichts Neues erzählt! Aber sie hat ihr Bestes gegeben! Oh! 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 Hm, also im Grunde des Bruns in der Nähe dieses Hauses gibt es einen Tunnel, der in die Wachstube führt, glaube ich! Das war, was sie gesagt hat! Na gut! Guck mal, da unten sind bestimmt viele Gegner und so eine Scheiße! Oh Gott, ein Soldat! Da will man hier ein wenig Zeit sinnvoll nutzen, indem man eine äußerst wichtige Brunninspektion durchführt und plötzlich tummeln sich da oben überall Monster! Was mache ich denn jetzt nur? Ich heiße Zelda! Wahrscheinlich bist du dumm und kannst nichts! Aber das machst du gut! Danke! Äh, Moment! Was? Was? Tiiiihie! Okay! Gut! Das soll es mit der Folge gewesen sein! Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt! In der nächsten Folge werden wir wohl Hyrule endgültig von allen Rissen beschützen oder so, keine Ahnung! Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns bald wieder! Bis dahin! Tschüss!